In ihrem Blick spiegelte sich Enttäuschung wieder. Was sollte ich ihr sagen? Ich verstand ihn ja selbst nicht. Elias' Launen waren wirklich schlimmer als jede Achterbahnfahrt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht ist er einfach nur besorgt wegen der ganzen Anschlagsache oder so. Versuchte ich, eine möglichst plausible Erklärung zu liefern. Vielleicht hast du recht. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Sie lächelte, aber ich kannte sie gut genug, um zu erkennen, dass es an ihrem Selbstbewusstsein kratzte, dass Elias sich nicht mehr für sie interessierte. Hey! Was haltet ihr davon, wenn wir alle etwas zusammen unternehmen? Fragte Onkel Dan aus heiterem Himmel und drehte sich zu uns um. Natürlich! Was hast du vor? Fragte ich begeistert und zog Marissa schnell an Moms und Dans Seite. Ich hatte an einen Besuch auf dem Altstadtmarkt von Vienna gedacht. Der soll wunderschön sein. Hört sich gut an, oder? Wandte ich mich an Marissa. Meine Schwester nickte. Hervorragend! Dann fragen wir gleich euren Vater. Ein kleiner Familienausflug. Ist das nicht schön? Schließlich waren wir lange genug getrennt. Begeistert stimmte ich meinem Onkel zu. Als wir den Saal betraten, waren die Männer noch nicht da. Stumm nahm ich auf meinem üblichen Sesselplatz und faltete brav die Hände auf dem Schoß. Lady Cecilia, wie wäre es, wenn Sie uns wieder mit ein wenig Musik unterhalten? Die Frage der Königin kam unerwartet und ich antwortete nicht direkt. Der Anblick ihrer roten Haare und ihres umwerfenden Antlitzes machten mich noch immer wütend. Daher hatte ich es seit dem Sechs-Augen-Gespräch mit Noran vermieden, sie anzusehen. Und auch sie hatte mich möglichst ignoriert. Diese Bitte aus heiterem Himmel hatte sie mir also offensichtlich nicht aus Nächstenliebe gestellt. Du hast ja bereits bewiesen, welch ein Talent in dir schlummert. Ich würde dich gern noch einmal spielen hören, fügte sie hinzu und schaute mich erwartungsvoll an. Mom sah mich mit erhobenen Augenbrauen an, als wollte sie sagen, wag es ja, nicht abzulehnen. Gerne, Eure Majestät, erwiderte ich höflich und erhob mich. Innerlich seufzte ich genervt und verfluchte dieses scheinheilige Schauspiel, in dem ich steckte. Das ist ja, nicht abzulehnen.